Hat mal einer nach dem Essen geguckt, aber er warst hier her, du. Das ist ja alles ankrein, hier. Das ist normal. Hier, lass ich das erklären. Der Löffel geht auch gerade so. Ich dachte, normalerweise haben wir hier keinen Brot. Quatsch wie alles, du. Aber hier, ich hab hier Schallbrot und BH hier in Schubelkipp geschmolzen. Das war nicht so, ja. Du darfst aber nicht weitererzählen, oder? Das war nicht so einfach, das Ding hier rein zu kriegen, du. Bei BH, da ging's hier. Na, hol mal Wasser. Das ging ja richtig gut. So früh, die hat ja nix, du. Das war nicht so frech, du. Bohnen und so graben. Was bin ich jetzt hier? Mensch, hier in M. Ich fühle mich zusammen. Sie haben hier au tril, wo andere.